So the vocal cord parasites that have infected mother base. Their ethnic cleansers designed to silence those who don't fit into Skullface's world view. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. It's been a long time ago that I got it. Where are we actually standing? We have last time the Code Talker holed. I don't know if he already had a healing for us. Okay, wait. Metallische Archie. Oh, fuck it. Oh, fuck it, Alter. Und das nach der Pause... Oh, shit. Boss, you okay? There's an unusual mist in front of your chopper. It could be the same one as before. Cypher is trying to eliminate Code Talker, but we can't save the infected without him. Boss, whatever you do, bring Code Talker back alive. Oh, shit. Leute, was soll ich machen? Okay, wir müssen auf jeden Fall unsere Ausrüstung anpassen, das ist wohl klar. Sack. Bang. Bang. So. Nummer eins. Nebenwaffen. Passt soweit. Unterstützungswaffen. Bla. Ähm. Passt so. Begleite. Didoc. Tut mir leid. Ich könnte den Walker nehmen einfach. Ich könnte den Walker einfach nehmen und die alle wegballern. Warte mal. Warte mal. Ne. Ich bleib bald. Ich hab gerade überlegt, weil da unten ein Befehl rufen stand, ob man den rufen kann. Aber das ist doch so ein Ding, wo du selber drinnen sitzt, oder nicht? Das wäre krass, so einen automatischen Walker haben. Haha. Shit. Und wir nehmen natürlich diesmal, passenderweise würde ich mal behaupten, den Kampfanzug, oder? Das wird sich doch gerade ganz gut anbieten, weil ein Kampf steht auf jeden Fall bevor. Und so sehen wir aus wie die Juggernauts aus MV2, die kleinen Bastarde. Habt ihr MV2 gezockt? Habt ihr diese Spezial-Buddy-Mission gespielt? Ja? Wo ihr in diesem Dorf seid und dann 80 Milliarden Juggernauts sind? Wer von euch hat alle... Wer von euch hat diesen einen Trick angewendet, sich im Haus zu verstecken? Mit meinem Mann. Einer legt sich hin und schießt immer nur. Und der andere gibt ihn immer wieder auf. Wer hat den Trick benutzt? Meldet euch ruhig. Ich hab ihn benutzt auf jeden Fall. Beim Kumpel. So. Los geht's. Los geht's! Los geht's! Es sind sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh, oh. Okay, fuck it Ich nehm den ein bisschen, nehm ich den ab Mann Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die schaffen soll Du bist.. Alter Wo kommt das her? Oh Gott, Mann. Ich schaff das nicht. Schieß doch, Mensch. Alter, wie viele Jahre muss der nach... Das schaff ich nicht. Ich könnte vergessen. Wie soll ich denn das schaffen, Alter? Das können die vergessen, Alter. Ja, wird eine kurze Folge heute. Das schaff ich doch nicht, Alter. Das schaff ich doch nicht. Du Bitsch! Weg, weg, weg. Die nehmen gar keinen Schaden. Ah, 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 ah. Er hat seine... Er hat seine Rüstung verloren. Der Penis... Nee, ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Nee, nee, nee. Nee, das wird nix. Kein Tipp vergessen. Ich hab keinen blassen Schimmer. Verpiss dich mit der Hühnerhaube, du Mistspiel, Alter. Verpiss dich mit der Kacke, Alter. Diese beschissene Scheiße-Mission. Birgit! Skulls? So that Misty is their work? Wir wollen Boss in another chomper for now. Boss? Con каких Fros kita ma cocottalker? Wir können ghostkottalker lose. Oke? otherwise.. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier laufen so viele Leute rum, knall die doch einfach ab Ja, die ist voll gut Ja, sieht man ja wieder mal Schieß den doch mal weg Ist die vollkommen verblödet, oder was? Die ist vollkommen verblödet Das geht mir so auf den Sack gerade Ich muss hier gegen so drei Freaks kämpfen Die hockt sich da einen ab Sieht die ganze Zeit, dass da Leute markiert sind Mach die nicht weg Automatisch Ja Ist ja voll geil Gott, ist die Dumm einfach, Leute Ich hasse die mittlerweile Ohne Witz, die gehen mir so auf den Sack Dann kannst du so viel summen, wie du willst Wenn sie einfach nix macht Fertig 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, das ist wirklich Ey, wie viel Sinn denn? Das sind es schon wieder vier Stück. Oh Gott, man kann es auch wieder übertreiben. Man kann es auch wieder maßlos übertreiben, einfach. Na, endlich, jetzt. Oh, natürlich. Ja, jetzt fangen sie wieder an zu schießen. Ey, als wenn das Messer nicht reichen würde, Alter. Ey, ohne Witz. Könnt ihr auch was anderes außer schießen? Ihr Pussys. Ja, komm her. Ja, natürlich geht es jetzt plötzlich wieder nicht. Alles klar, korrekte Sache. Auf jeden Fall, Alter. Jetzt ging es auch wieder nicht. Jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ging es jetzt auch wieder nicht. Oh no. Er wirft gleich wieder was. Hey. Hey. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020